Hallo zusammen, Aizocca hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest der Obelisk der Sonne anzunehmen bei Heilabdurin in Uldum an dieser Position. Es gibt zuerst zwei Vorquests zu erledigen. Und zwar Ruinator Xognix, dann Pflege für die Verwundeten und Teilchenforschung. Nachdem ihr diese drei abgeschlossen habt, natürlich haben diese Quests auch noch Vorquests, aber speziell diese Quests hier, waren es diese drei, könnt ihr sie annehmen. Nun soll ich Auswaterin Zawa finden am Obelisken der Sonne. Während des Fluges der Hinweis, dass ich eine Facebookseite habe. Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Kanal-Banner. Auf der Seite poste ich die Software, was ich quad aufnehme oder was als nächstes ansteht oder was schief läuft auf dem Patch-Server. Dürft die Seite auch liken, abonnieren, wie ihr wollt. Sie dient dazu einfach, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Da bin ich auch schon. Quest ist auch abzugeben bei Sarah Sandpirscher in Uldum an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr mir gerne auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Ich blende euch auch so einen Abonnierknopf ein hier in der Mitte. Würde mich freuen, wenn ihr den benutzt. Eizocke Ende